Mein Name ist Markus Brantl. Ich arbeite hier in einer mittelgroßen Ziviltechniker-Kanzlei namens Gruppe Wasser im vierten Bezirk. Ich habe mittlerweile die Leitung der IT inne, aber stelle natürlich auch mein gesamtes Know-how den Mitarbeitern in der Projektsarbeit zur Verfügung. Nach der Matura habe ich auf der Universität für Bodenkultur, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft studiert und bin dann relativ unmittelbar danach seit 1996 in das Unternehmen eingetreten. Bevor wir GeoHackRes verwendet haben, kam eine andere Software zum Einsatz und es gibt hier vier Problempunkte, die vor allem die Zeit betreffen, nämlich die Geländeerstellung mittels Laserdaten, die Erstellung des Flussschlauches und die Kombination aus beiden. Aber auch Brückenmodellierungen können sehr zeitaufwendig sein und ein großes Problem ist, wenn alles fertig ist, die Rechenzeit. Und wenn es gerechnet hat, dann natürlich die Visualisierung. All diese Punkte konnten mit GeoHackRes optimiert werden. Mit der Software, die wir vor GeoHackRes verwendet haben, ist es schon vorgekommen, dass wir, wenn alles erstellt war und dann das Modell gerechnet haben, sechs bis acht Stunden warten mussten, bis wir zu einem Ergebnis gekommen sind. Diese Zeit hat sich jetzt drastisch verkürzt auf, würde ich sagen, maximal 20 Minuten. Was mir bei GeoHackRes am besten gefällt, ist die Geländeerstellung, die sehr einfach und auch visuell nachvollziehbar ist. In wenigen Minuten ist das Gelände erstellt und auch mit dem Flussschlauch kombiniert. Meine persönlichen Erfahrungen mit dem Support von CivilGeo sind wirklich großartig. Ich kann mich erinnern, als es erstmals Probleme mit GeoHackRes gab, läutete innerhalb von einer Minute das Telefon aus Amerika und es war möglich, die Problematik in kurzer Zeit zu beheben. Ich würde GeoHackRes allen Büros empfehlen, die sich mit Überfluchtungsmodellen und Hochwasserwellen auseinandersetzen. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei CivilGeo für den großartigen Support und kann nur sagen, dass wir durch den Einsatz von GeoHackRes sehr viel Geld und Zeit sparen.